Was war das? Ich soll dir nicht helfen? Du willst das Armband nicht? Wirfst die Leischer durch die Gegend? Die Stimmen sind dadurch weg. Was? Seit ich diese Macht wieder in mir trage, flüstern sie. Ich kann nicht denken, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht mal atmen. Aber jetzt endlich ist es ruhig. Wird so der Rest meines Lebens sein? Voll Wut, die ich nur durch Gewalt zum Schweigen bringen kann? Ob, falls Gewalt nötig ist, damit es dir besser geht, dann hast du den perfekten Vater. Ich will...